Herzlich willkommen zum Teil 4 der On-Ride Videos aus dem Europapark in Rust. Heute geht es mal wieder in den Themenbereich Schweiz und zwar auf die Schweizer Bobbahn. Sie ist tatsächlich gebaut wie eine richtige Bobbahn, heißt man ist nicht geführt, sondern man fährt einfach die Bobbahn frei hinunter. Ist auch eine sehr, sehr seltene Sache, gibt es kaum in anderen Freizeitparks. Man ist in kleinen Bobs mit wenigeren Personen zusammen und natürlich dadurch, dass es nicht geführt ist, kommt es ganz darauf an, welche Personen mit welcher Gewichtsklasse vor allem da drin sitzen und wie man dann im Endeffekt die Bahn hinunter fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.